Kardinal Christoph Schönborn wirft den Polizeidiakon Uwe Eglau raus. Hiermit entpflichte ich dich mit sofortiger Wirkung von deinem Dienst, so der Erzbischof Knallhart. Eglau hatte sich bei der Corona-Demo mit einem hingerichteten Kriegsdienstverweigerer der Nazizeit verglichen und gefordert, dass diese Form der Regierung ein Ende hat. Auch unterzeichnete er kürzlich einen offenen Brief von Polizisten an den Innenminister. Im Schreiben wurde eine Absage der Impfpflicht gefordert. Eglau ist als Sprecher einer Gruppe von rund 600 Polizistinnen und Polizisten in Erscheinung, die sich vor zwei Wochen in einem offenen Brief gegen Impfpflicht, 3G am Arbeitsplatz und die Diskriminierung ungeimpfter Kollegen ausgesprochen hat. Das sei mit dem Rollenverständnis eines Seelensorgers allerdings nicht vereinbar, erläuterte der Pressesprecher der Erzdiözese Wien, Michael Prüller. Eglau war ehrenamtlich und unbezahlt als Polizeiseelsorger tätig. Als ebenso ehrenamtlicher Diakon bleibt er weiter in seiner Pfarre. Zu seiner Absetzung als Seelsorger habe sich die Kirchenleitung nach mehreren erfolglosen persönlichen Aussprachen entschlossen. Diese Funktion gebiete tagespolitische Zurückhaltung und eine gewisse Neutralität, heißt es, besonders in emotional stark aufgeladenen Themen. Damit sich jede Polizistin und jeder Polizist vertrauensvoll an den Seelsorger wenden könne, erläuterte Prüller die Entscheidung. Polizeikräfte hätten die staatlichen Regeln durchzusetzen, auch jene, mit denen sie nicht einverstanden sind. Als Privatmensch sei Diakon Eglau, frei zu sagen, was er will. Zudem sei es nicht gut, die Rollen zu vermischen. Die Aufgaben eines Seelsorgers sind andere als die eines Personalvertreters und vertragen sich auch nicht mit politischem Aktivismus. Eglau habe die Themen des offenen Briefes mehrfach öffentlich, gegenüber Medien und auch im Rahmen einer Demo in Wien offensiv vertreten.